Es gibt einen Mutrahm, das heißt Pran-Mutrahm, es wird auch Lebensmutra genannt, da kannst du jetzt die Spitzen von Daumen, Ringfinger und Kleinfinger, also Daumen, Kleinerfinger, Ringfinger, diese drei zusammenbringen und die anderen beiden streckst du aus, genau. Du kannst auch die Finger so ein bisschen leicht zusammendrücken, Zeige- und Mittelfinger, die werden nebeneinander gestreckt, zeigst auch nochmal, dass du siehst, in alle Richtungen, ja und auch das kannst du gerne mal halten, das ist wie so ein innerer Motor, der dir Kraft gibt und Energie gibt, ja. Vielleicht kennst du das ja auch, diese Momente, wo du dich so mal ein bisschen müde oder schlapp fühlst oder auch einfach mal so rumhängermäßig, antriebslos und dann ist das so Aktivierung. Die Zuordnung von den Chakren ist auch zum Wurzelschakra, also beim Wurzelschakra die Stärkung, Stärkung dann auch hier, ja, aber auch für die Energie, um mehr Energie zu tanken, dir sozusagen einen Energieschub zu geben. Halt das einfach mal ein bisschen länger und schau mal, was es mit dir macht, ob du was spürst und unterstütze dich dann halt, wenn du es jetzt mal morgens machst oder irgendwie nicht so gut geschlafen hast, um so ein bisschen in die Gänge zu kommen oder auch hier im Kopf, um so ein bisschen einen klaren, freien Kopf zu bekommen, einen klaren Geist, da kann das auch tolle Unterstützung sein. Das Pran-Mutra. Yoga-Stern Yoga-Stern